Als ich heute Nachmittag zu Ferino gekommen bin, wusste ich noch nicht, dass das der allerschlimmste Tag meines Lebens wird. Schaut euch mal bitte an, wie schmutzig der kleine Herr ist. Mein Papa hat ihn heute Morgen auf den Paddock gestellt und wie ihr seht, hat er ja ordentlich viel Spaß. Zuallererst habe ich ihn rausgeholt, die Hufe gekratzt, dann habe ich den Flexinap zum Inhalieren angeschlossen. Und dann ging es schon an die Arbeit. Ich habe erstmal versucht, den ganzen Schmutz und den ganzen Staub mit einem Striegel abzumachen. Wie ihr seht, hat er super, super brav dabei inhaliert. Es kam wirklich so viel Schmutz und Staub raus. Als ich dann den Schweif gesehen habe, hatte ich kurz einen Mental Breakdown. Ich dachte, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Dann nach ungefähr einer Stunde war er einigermaßen sauber. Dann konnten wir ihn fertig machen. Gesattelt und getrennt wurde er und dann ging es zum Reiten. Und Ferino, wehe, du siehst nächstes Mal nochmal so aus, wenn ich komme.